Auf der B85 Regen in Richtung Lichtach, kurz nach Fernsdorf, dann B299 für den Landstuhl und Eisenhausen und genau noch einen auf der B85 Stockheim in Richtung Ludwigstadt. Und wenn Sie auch noch was entdeckt haben zu uns, Schnau oder Blitzer, rufen Sie uns noch an. Wir kosten uns natürlich immer. Wir Bayern Verkehrszentrum 0800 994 9000. Danke und Gute Zeit. Gute Zeit. Gute Zeit.